Also mit dem 37. Part, das Wettfeld, ich habe jetzt hier ein bisschen Sandstein drin, dass ich hier erstmal eine Pyramide verbauen will, aber erstmal noch eine weitere Schaufeln muss, oder zwei am besten, die ich die Erde vielleicht da noch vergraben kann. Die Spätere, es ist Vormittag, also kann ich da sowieso hingehen. Dann laufe ich da erstmal hin, vielleicht könnte ich hier mal Treppenstufen platzieren. Da vorne steht die Pyramide. Wohin geht der auch ein bisschen schneller weg. Da muss ich noch Essen holen. Die Zombies, die Feeder, nein, hier sind hier keine. Ist immer gut. Dann könnte ich nämlich in den Sandstein einfach so weiterbauen. Hackel weg. Das ist die Pyramide dann ein Stück weiter. Sieht auch besser aus, wenn der Boden hier aus Sandstein besteht. Noch mehr Sandstein. Ja, hier ist ein Wechselfackel. Hat nur ein bisschen verbacken. Also beim Multiplayer kann ich dann am Ende des Westlates zeigen, habe ich keine Server, aber ihr könnt mir dann IP-Adressen von manchen Servern aufschreiben, damit ich da drauf gehen kann. Und dann würde ich da den Arzt einfach nur so als den Let's Play Together. Also zusammen Let's Play sozusagen. Let's Play Together machen. Oder ihr eröffnet ein eigenes Server und gebt mir dann die IP-Adressen, wo ich dann drauflegen kann. Also ich habe ja bisher keine Server. Da bin ich noch nicht erfahren mit. Und schon wieder ein Stack aufgebracht. Nee, das ist Sand. Hm. Ich verbrauche noch ganz schön viel Sand hier. Und schon wieder verbaut. Ich nehme den Sandstein mal mit. Ich mache dieses Let's Play müssen. Also ich spreche nicht so viel wie sagen wir mal Ronk oder Let's Play Marcos. Das hätte eigentlich auch vom Vorteil, dass wir dann auch welche dieses Let's Play verstehen, die nicht unbedingt Deutsch als Muttersprache haben. Jetzt hier noch mal Verfackeln drauf. Jetzt wird das Spawn von Monstern verhindern. Aber mein Sandstein, den ich hier habe, reicht dann längst nicht aus. Ich brauche einfach viel zu viel davon. Ich muss schon wieder entdeckt. Fast schon wieder. Ich brauche immense Mengen Sandsteinen. Natürlich ein bisschen blöd, das ist immer eine Wüste, die ich hier habe. Nicht vielleicht in der Nähe ist. Hier sind die Sandsteinen. Oder ich baue es jetzt nochmal so weiter. So, wo wir den Sandstein weiterkommen. Dass mal der ganze Boden aus Sandsteinen steht. Das ist ja das angestrebte Ziel. Und jetzt habe ich nur noch drei Stacks. Also, dass ich hier abgedragen habe, über den 36. Teil hat auch noch nicht gereicht. Also, muss ich anscheinend nochmal an Sand holen gehen. Jetzt muss ich erst nur noch schaufeln. Ich muss das weggraben. Und die Pyramide ist jetzt erst bei der Hälfte. Ich bin jetzt erst gerade bei der Hälfte knapp. Aber ich habe noch keine Idee, wie ich die Pyramide nutzen soll. Da könnte ich Ihnen natürlich Ideen in die Kommentare schreiben. wie ich die Pyramide nutzen soll. Also, ich habe da zwei Ideen, aber ich schreibe in einen, wie ich sie nutzen soll. Erste Idee wäre, sie als Wohnung und Lagerraum zu nutzen. Oder vielleicht als Monsterfallenraum. Damit natürlich die Fackeln etwas und noch einen Monsterfallenraum platzieren. Damit ich natürlich die Fackeln an der unterten Ebene wieder rausnehmen. Damit die Monster das spawnen können. Also, der Außenumriss ist schon bei Park 15 fertig geworden, aber ich bin jetzt schon bei 37 und die Pyramide ist noch nicht endgültig fertiggestellt. Sobald ich den Boden ja noch aus Landstein haben will und kein Gras oder Erde haben will. Da wollen ich gesetzt nicht viel Material dafür, um das hier alles hier auf Sandstein bauen zu lassen. Da habe ich noch einen Steck. Dann muss ich anscheinend irgendwann mal wieder, wenn ich wieder auf Reisen gehe und dann wieder Sandstein fahren gehen. Ich würde vielleicht auch eine Trasse dazwischen bauen, mit Schienen bauen. Ich brauche natürlich da noch einiges an Gold dafür. und auf sehr viel Eisen, also ich muss ja auch über glaube ich 1000 Blöcke oder so Muschelstrecke gelegt werden oder sogar 1000 bis 100 das wäre soweit, dass ich On a Rail kriegen würde. Also mindestens soweit. On a Rail wird da nicht kein Problem sein. Einst das in Survival hinzukriegen so viel Eisen und Gold zusammen zu schaffen. Ich komme jetzt nur bis hier. Ich bin jetzt hier so etwa erst bei der Hälfte angekommen. Das heißt, ich muss noch viel, viel mehr Sandstein holen und das wieder Facken ausleuchten könnte dann natürlich auch noch besser machen. die Pyramide komplett irgendwie ausbauen. Vielleicht auch hier ein Labyrinth hinstellen, dass ich dann die Pyramide oder die ganze Welt mal als Download geben kann. Sagen wir mal, nach dem 100. Teil oder beim 100. Teil würde ich die dann als Download freigeben. Hier 96 Brote. und ich glaube, ich müsste sonst vielleicht eine neue Getreide haben, würde ich vielleicht mal anfangen zu bauen. f die werden alle gewachsen? Ja, die sind alle gewachsen. Weizen habe ich nicht. Ich muss jetzt mal Weizen holen. Da habe ich 62 Stücke in meinem noch. Rindfleisch und so müssen die sich jetzt paren. Und zwei kleine Kühe raus. Also ich töte immer zwei und dann züchte ich immer die beiden wieder nach. Und jetzt werde ich erstmal schlafen, weil der Mo wieder aufgeht. Dann würde ich sonst die Fläche, die ich da bisher als... ...und dann diese Fläche da hinten, die ich bisher jetzt hier so gebaut habe, würde ich die Getreidefarben ein wenig umbauen. Ich muss die dann umbauen. Erstmal ernte ich hier alles mal ab. Dann wird jetzt erstmal nichts Neues mehr an. Und dann durch einen einzigen Kluftdruck dann das ganze Weizen herankommen. So wie ich jetzt hier alles... ...und jetzt bitte ich mich mit der Hand machen muss. Ich muss jetzt zwar noch der Hand anpflanzen, aber... ...und jetzt muss ich mal abernten, die Hand. Ich muss jetzt mal reihe, 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 reihe. Ich habe sowieso hier den Wunsch, das hier zu ändern. Jetzt geht die Entwässerungssache weg. Und verwandelt sich das hier wieder in normale Erde zurück. Ich muss jetzt mal hier eine Axt holen. Aber ich bin noch Äxte hier, da habe ich noch eine Axt. Hacke brauche ich ja im Moment noch nicht. Und diese Axt ist ja hier, damit ich jetzt alles abernten kann. Den Zaun hier raus reißen. Dann habe ich ja jetzt auch wieder fast drei Stacks Weizen. Das heißt, ich könnte... ...hätte erstmal für die nächste Zeit hier mit Nahrung... ...um so diesen Abbaumechanismus, also hier... ...eine neue Nahrungsfarm aufzubauen. Also eine automatisierte will ich haben. ...dessen reiße ich diese manuelle Farm erstmal hier ab. So, jetzt haben wir den Zaun weg. Geht nicht mehr direkt weg, hier. Ich brauche dafür ja Pisten. Dann brauche ich Cobblestone, Redstone. Also ich brauche dafür auch Land. Ich brauche dafür ja auch ein bisschen Eisen. Und zwar brauche ich Eisen, dann brauche ich auch ein bisschen Cobblestone. Ein bisschen Holz brauche ich auch. Aber ich brauche noch Holz, Eisen, Cobblestone und Redstone brauche ich noch. Das Redstone. Das soll kommen, wenn man die Crafted. Ich glaube, das geht so. Hier oben die drei Holzdinger. Hier die Eisen und Redstone. Oder andersrum. Ja, so herum. Ich brauche insgesamt acht Stück davon. Ich brauche insgesamt acht Stück davon. So. So. Acht. So. Acht. 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 wasser holen hier habe ich das nächste wasser und beide einmal mit wasser gefüllt hier kommt noch eine wasserbrille rein so aufholen kann ja ich hab auch überflüssige sachen im inventar zb granit brauche ich gerade nicht das weizen brauche ich auch gerade nicht leder brauche ich nicht das brauche ich nicht von hier rein die holzarten und erde und stein das brauche ich hier sowieso das brauche ich nicht das brauche ich auch gerade nicht wie viele seeds hier nur drei stecks zu sein wasser muss ich haben das brauche ich nicht weg dann brauche ich nicht erde lasse ich dann brauche ich holz das brauche ich gerade nicht ich brauche eigentlich noch mehr hacken ich brauche noch mehr hacken ich habe jetzt das holz weggepackt brauche ich natürlich noch ich muss natürlich jetzt mal hier fix machen damit ich hier weitere hacken machen kann ich fange an zu hackern jetzt habe ich den erfolg erst erzählt jetzt brauche ich den sonst noch klein und paar mehr eimer noch mal drei weitere eimer will ich haben das den eigengitter brauche ich nicht lore brauche ich auch nicht das rohe rindfleisch brauche ich gerade noch nicht das eimer habe ich hier ich brauche nämlich viel wasser ich zeige es mir alle einmal nur wasser voll in welche richtung wir bauen das heißt hier ist die erste ebene aufnahme 1 2 3 4 5 6 7 unterste ebene ist 8 blöcke lang 1 2 3 4 5 6 7 8 oder 9 gg auch ne 9 geht nicht ne 9 geht nicht ne 9 geht nicht ne 10 4 8 blöcke lang es ist schon wieder nacht werden Also, ich muss jetzt mal wieder schlafen gehen. Vorerst mal muss ich die Farben, die ich natürlich jetzt erstmal abgemacht habe, wieder neu aufstellen. Monster-Zeug kriege ich ja immer in den Traum. Jetzt werde ich den einmal hier hinzusetzen. Jetzt den Wasser einmal holen. Diese Fläche jetzt hier kann. Wieso mit der aufgebrauchten Hacke. Jetzt muss ich jetzt was aufbrauchen. Noch eine nicht verackerte Fläche hier. Das muss ich dann irgendwie aufbrauchen. Jetzt ist die weg. Ah, jetzt bin ich schon Wasser drin. Jetzt muss ich erstmal hier rauskommen. Aha! Komm raus! Hallo Erde! Auch wieder ein Wasser. Lassen wir jetzt hier 1, 2, 3, 4 bis 8 hier. Das Wasser würde bis hier laufen. Dann müssen die Dinger überdeckt werden, damit es nicht da reinläuft. Also damit das Wasser, wenn man es einschaltet, nicht da rein geht. Deswegen wird es hier so gemacht. Und hier kommen auch Fackeln drauf. Diese Fackeln sind dazu da, um Helligkeit auszumachen. Also dass es hier hell ist. So, was soll ich jetzt noch machen? Die nächste Ebene wäre die hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wäre bis hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und schon den Erdbeck aufgebraucht hat. Es braucht viel Erde. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier kommt die Erde wieder weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das muss ich runterfallen. So hier runterfallen. So, hier und das Profil… Da hab ich wieder einmal verkerv Blocksורה verbaut. der hier ist so laut, dürften jetzt die 7 Blöcke sein, so wie sind das hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, weiß was irgendwie von hier, nämlich wenn ich dann noch auf diese Ebene drauflaufen muss. So, da muss auch Wasser hin, ein ganz dick ausgebraucht, kommt die Erde wieder hin, kackeln drauf, ich sag mal, ich mach die 4 Ebenen lang, wie komm ich die da immer da drauf, ohne Ackerfelder zu verletzen hier, so, mal drauf, wo ich die nächste Hacke, so, das ist ein altes Hacke, und ich hab schon 25 Minuten Aufnahme, dadurch werde ich diesen Pferd erstmal beenden, und hoffe mal, dass es euch gefallen hat, was ich hierhin mache, bis dann und ciao!